Ich bin der Martin Weber, komme aus Oberösterreich und bin mit dem Weltengeher, mit dem Gregor Sieböck, sehr viel unterwegs. Und wir gehen, aber ohne Plan. Wir gehen einfach und wir schauen, was auf uns zukommt. Dadurch haben wir immer wieder neue Begegnungen und wir freuen uns immer wieder, wenn wir Menschen treffen, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir uns über irgendetwas unterhalten können und wir aktivieren gleichzeitig unsere Gesundheit. Und Gesundheit ist für uns und für alle Menschen wichtig. Aber nicht Gesundheit, wie uns gesagt wird, wie wir Gesundheit erreichen können, sondern die Gesundheit, die ist ja in uns. Wir brauchen sie nur wieder aktivieren. Wir beschäftigen uns sehr viel zu viel mit der Krankheit und dadurch geben wir der Krankheit ständig Energie. Wenn wir uns mit der Gesundheit beschäftigen, mit uns selbst und dass wir das tun, das was uns voll taugt, dann werden wir die Gesundheit immer mehr erhalten und sogar noch steigern. Es ist ja einfach, wenn man zu einem Doktor geht und der Doktor verschreibt ein paar Pillen und sagt, ah jetzt wirst du gesund. Das ist eigentlich nicht der Weg, den ich den Menschen vorgib oder sage, dass sie denn gehen sollen, sondern nehmt euch selbst wieder. Viel wichtiger. Lebt euch selbst. Das ist eigentlich das, was ich den Menschen sagen würde. Und die Angst, die macht krank. Und auch die Menschen, die psychisch krank sind. Was für Probleme haben sie? Sie können nichts mehr mit sich selbst anfangen. Und da geht es wieder darum, dass sie etwas Neues entdecken. Dass ich das, was ich bisher gemacht habe, dass ich einmal, aha, das war für eine bestimmte Zeit, war das super, aber jetzt gehen wir einen neuen Weg. Jetzt versuche ich ganz was anderes. Und Bewegung ist natürlich immer wieder gut. Und das Gehen, so wie es mit dem Gregor macht, das ist natürlich spitze. Da kommst, da wird der Kopf auf einmal freier. Du hast neue Gedanken. Und darum geht es ja immer wieder, dass wir nicht mehr das Alte denken, sondern mal neue Gedanken in unsere Hirnkastleine bringen. Ja, ich hoffe, du willst du mit mir mitnehmen. Ja, ich hoffe, du bist bereit, dich mit mir zu nehmen. Du glaubst, die wilde Ergungen. Bis zum nächsten Mal.